Das heißt, der tatsächliche Kontakt mit einem anderen Menschen ist ein Antidepressivum. Deswegen traue ich Ihnen die letzte Übung zu, die wir als Vorbereitung machen für das, was Sie dann da draußen tun. Wenden Sie sich jetzt bitte auf die rechte Seite, da steht wahrscheinlich oder sitzt noch irgendwer anderer. Machen Sie es einmal so und Sie finden dort dann einen Hals, Sie machen jetzt mit. Nein, Sie wenden sich einander zu. Ich mache das jetzt bewusst mit einem Mann. Schauen Sie mir zu, ich zeige Ihnen, wie das geht. Da steht ein Mann, ja, und dann eine Hand unten, eine oben und dann sagen Sie, schönen Tag. Gratuliere, das wird ein erfolgreicher Mensch. Machen Sie mal, schmusen, los, los, trau dich. Es ist gesund. Gut, okay, bravo. Ich gratuliere Ihnen, Sie gehören zu erfolgreicheren Menschen. Sie können nachher sagen, das war arme und blöd und esoterisch. Wenn Sie da hinausgehen, suchen Sie sich jemanden, sagen Sie entweder irgendwas vorsätzlich Blödes, erzählen Sie jemandem anderen, worin er gut ist, oder schmusen Sie ihn einfach an. Ganz egal. Zum Abschluss. Die Wiederholung der drei Fragen. Einfache Zusammenfassung an die Burnout. Überleg dir, wenn du dir denkst, ich bin irgendwie gefährdet, dir die Frage zu stellen, habe ich grundsätzlich Freude oder Spaß bei dem, was ich tue? Zweite Frage. Kann ich das, was ich tue? Sollte ich in Bezug auf mein Können was ändern? Also meine Skills erhöhen? Oder soll ich mein, das, wo ich tätig bin, irgendwas ändern? Und das dritte ist, mach das, was ich tue, Sinn. Und das ist meine Antwort, was ich vorher gegeben habe auf diese Positiv-Denken-Geschichte. Watzlau Havel hat eine Antwort darauf gegeben. Wichtig ist nicht, dass das, dass der heutige Tag gut ausgeht. Wichtig war, wahrscheinlich heute am Abend, dass dieser Tag in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht hat. Egal wie er ausgeht. Schönen Tag. Danke fürs Zuhören.